Zum ersten Mal findet hier das Finale der Miss 50 plus Norddeutschland statt, das heißt Best Ager. Alle Damen sind über 50, wir haben hier die Altersspanne von 50 bis 68 Jahren. Top Frauen sind dabei 14 an der Zahl. Was müssen die Damen mitbringen? Die müssen einfach Spaß haben. Sie haben praktisch fast die Hälfte ihres Lebens hinter sich und viele wollten mal irgendwann eine Krone haben. Jetzt endlich ist für sie die Möglichkeit gegeben. Es durfte sich jede Frau über 50 bewerben und wir sind so stolz, dass wir beim ersten Mal gleich 14 Frauen haben. Das war eigentlich wie im Traum. Also ich konnte es in dem Moment gar nicht fassen und habe mich wahnsinnig gefreut. Also es ist unglaublich. Wie ein Traum. Ja, ich wollte schon länger an einer Misswahl teilnehmen, aber es hat nie in mein Leben gepasst und jetzt wo ich 50 bin, beziehungsweise bald 51, habe ich gedacht, jetzt versuche ich es mal. Ich nutze mal die Chance und ja, und habe mich selber beworben. Die Siegerin von heute, es ist praktisch auch hier eine Premiere, geht direkt weiter zum Finale der Top 20 Miss Germany Plus. Das heißt, wir gehen in die Klosterforte Residenz und da muss sich dann 19 weiteren aus den Bundesländern behaupten.